Was ist der Unterschied zwischen einem Cookie und einem Preference Manager? Ein Cookie Manager verwaltet die Cookie-Einwilligung von den Nutzern auf verschiedenen Geräten. Damit kann jeder Besucher Ihrer Website auswählen, welche Tracking-Cookies er oder sie zulassen möchte, zum Beispiel Marketing- oder Analyse-Cookies. Als Unternehmen sollten Sie Ihren Nutzern maximale Transparenz gewähren und gleichzeitig verschiedene Designs und Positionen testen. Das erhöht die Chance, Ihre Opt-in-Rate zu steigern. Ein Preference Manager erfasst hingegen die Einwilligungen für Marketing-Cookies und die Präferenzen, zum Beispiel die Anmeldung zu Newslettern oder Sonderangeboten. Er hilft Ihnen, Einwilligungsdaten aus verschiedenen Kanälen und Systemen zu erfassen, und zwar an einem zentralen Ort, Ihre Single Source of Truth. Außerdem erhalten Ihre Nutzer die vollständige Kontrolle über Ihre Daten, da Sie Ihre Einstellung jederzeit ändern und anpassen können. Data Guards Cookie, Consent und Preferences-Lösung verknüpft Marketing-Einwilligungen mit den Präferenzeinstellungen Ihrer Nutzer. Mit dieser Komplettlösung für die Verwaltung von Cookie-Einwilligungen und Präferenzen können Sie das Vertrauen Ihrer Kunden stärken, indem Sie klar angeben, welche Daten mit welchem Grund erhoben werden. Gleichzeitig kann Ihr Unternehmen die Qualität seiner Daten verbessern und die Liste der möglichen Kunden erweitern. Und das alles mit der Gewissheit, dass Sie für jeden Kontakt in Ihrer Datenbank ein vorschriftsmäßiges Prüfprotokoll haben. Informieren Sie sich auf unserer Website gerne selbst. Sprechen Sie mit unseren Experten darüber, welche Vorteile ein Content- und Preferences Management für Ihr Unternehmen hat.